Wir arbeiten für eine hochsubventionierte Behörde, die offiziell gar nicht existiert. Wir übernehmen Mappier. Wer sind Sie denn? Einwanderungsbehörde Abteilung 6. Es gibt keine Abteilung 6. Unser Auftrag? Die Überwachung extraterrestrischer Aktivitäten auf der Erde. Sie sind hier, weil Sie die Besten der Besten sind. Ich hol mir einen Kaffee. Möchten Sie auch einen? Nein, danke. Na, wer geht's, Jungs? Ich bin okay. Bei euch soweit alles klar? Ja, ja, alles klar, alles klar. Ich bin dabei. Von jetzt an verfügen Sie über keinerlei Identifizierungsmerkmale. Au! Sie gehöre nicht länger zum System. Man and Black, das sind wir. Wissen Sie, was der Unterschied zwischen Ihnen und mir ist? An mir sieht das Outfit cool aus. Serie 4, Deatomisator. Jetzt kommen wir der Sache schon näher. Lärmende Grille. Och nö, so ein kleines Ding. Hoffentlich mache ich das nicht kaputt. Oh, es kommt noch besser. Zed, wir haben eine Schabe. Schallen Sie sich an. Columbia Pictures und Amblin Entertainment zeigen. Ich wusste es, dass da ist ein Alien und ihr zwei seid eine Sondereinheit und wollt das Ganze unter Verschluss halten. Nein! Pssst! Tommy Lee Jones. Ich zähle bis drei. Der flippt doch immer so aus. Wie wär's mit einer Massage? Drei. Wir haben ja keine Ahnung, wie das hier jedes Mal brennt. Will Smith. Was bist du eigentlich? Eure Welt geht unter. Im neuen Film des Regisseurs von Adams Family und schnappt Shorty. Men in Black. Sie schützen die Erde vor dem Abschaum des Universums. Und leg die Flossen auf den Kopf. Also auf meiner Abgefahrenheitsskala kriegt ihr ganz klar eine 9,0.